Okay, mach mich kalt, komm. Hat ja eh keinen Sinn mehr. Jetzt komm ich! Ich schalte um! Willkommen zurück, ihr Klein-Lubis, bei Minecraft Ender Games. Und ich werde euch heute eine Sache erzählen. Wenn ich jetzt nicht mal ansatzweise das Geschissen kriege, habe ich erstmal keinen Bock auf Ender Games, Leute. Weil das geht mir jetzt richtig saumäßig auf den Sack. Mit diesen ganzen Rumgenube. Ich möchte einfach mal einen fairen Kampf. Und wenn ihr irgendwie Games habt, Minigames, wo man einen fairen Kampf machen kann, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare und ich werde es mir angucken. Weil ganz ehrlich, dieses ganze Rumgenube hier, ich möchte nämlich Gleiches mit Gleichem vergelten. Also die gleiche Ausrüstung. Dass jemand die gleiche Ausrüstung wie ich hat und dass man das einfach mal macht. Und ich glaube, da kommt ja auch gleich eins in den Sinn. Und zwar 1 vs. 1 auf Temolia. Und dadurch habe ich vielleicht das Glück, dass man da nicht so viel Rage und damit mit der gleichen Ausrüstung kämpfen kann. Das ist schon mal so ein Grund, den ich super finde. Vielleicht mache ich das nach Ender Games. Weil Ender Games einfach meiner Meinung nach zu möglich ist. Dann kommen wieder Zielsucher aus der Ecke geschissen. Oder halt irgendwelche Bowspacken, die einen anmachen wollen von der Seite. Und das finde ich einfach nicht nett. So, zack, zack. Das ist ja das selber. So, was machen wir jetzt? Können wir auch wegschmeißen, essen lassen wir. Ja, 10 Sekunden. Geil. Mensch, ich habe mal nichts geschafft in dieser Runde. Ist ja auch mal nice. Wir können uns ja gerne mal betteln. Hätte ich mal ein bisschen Bock drauf. Ja, im Bogenback da rum. Genau. Ist auch so ein Grund, den ich mag. Und ja. Ist so ein Ding der Unmöglichkeit. Ich habe wenigstens ein paar Rosen gekriegt. Finde ich nett von ihm. Hat er ein paar gute Sachen dabei gehabt? Nö. Aber ein bisschen neues. Finde ich auch gut. Oh Gott. Der soll wegbleiben, ne? Darauf habe ich jetzt gar keine Lust. Eisenschwert. Genau. Der braucht schon Weizen. Ich bin kurz davor, dass ich mir mal kurz hier was hinsetze. Aber auf dem Baum kann man eh nichts Gescheites machen, weil... Ich kann es euch ja mal sagen. Wenn man hier ruckzuck mit dem Bogen runtergeschossen wird. Ist auch sehr nett. Für manche Leute. So. Rack da mal. Rackst du? Ich bin das gewohnt von Jump League. Dass man da so schnell rackt. Deswegen. Und ich mache das 7 Euro wieder bei Herzen ab. Ich bin ein kluger Junge, ganz ehrlich. So. Wann habe ich gereckt? Es kommt, glaube ich, schon einer hierher. Den könnten wir aber theoretisch, meiner Meinung nach, mit diesem Block da oben. Können wir da kriegen. Den ich bestimmt nicht mehr kriege zeitlich. Oder auch doch. Ausnahm. Wenn er hier herkommen sollte. Ach, hier ist er an der Kiste. Filias, finde ich gut. Ist das jetzt dein Ernst? Äh, wo ist er denn? Okay. Lassen wir es mal so, wie es ist. Aber, naja. Dum, 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 dum. Pfff. Pfff. Jetzt komme ich. Ich schalte um. Ich schalte um. Alter. Habt ihr gesehen, wie ich ihn gekombot habe? Habt ihr das gesehen? Nap. Nap. Bonap. 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 So, Leute, das war es für Ender Games. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr habt, vergesst nicht, lasst einen Daumen da. Und schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr eins versus eins sehen möchtet. Weil das ist auch ein cooler Spielmodi. Der hat, ein Zuschauer hat mir den mal gezeigt. Und deswegen werde ich den demnächst mal ausprobieren. Deswegen werde ich erstmal Ender Games stilllegen, weil es geht mir richtig auf den Sack. Und ja, macht euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann morgen, beziehungsweise übermorgen bei den anderen Videos. Und tschüss.